Jetzt müssen wir nur irgendwie sehen, dass die Nahrung... äh, nicht die Nahrung, dass die Ehre jetzt ansteigt. Wir essen, das gibt auf jeden Fall Ehre. Gucken wir mal auf die Burggüche. Wo habe ich die jetzt? Da habe ich den gesetzt. 42 Ehrepunkte müsste das jetzt einbringen. Ach, seht ihr mal, die Fische kommen auch hier, ähm... Na, aus dem Fischteich kommen die Fische jetzt auch in die Burggüche, okay? Und die Gänse auch. Wein auch. Okay, das ist also alles für die Burggüche. Cool. Was können wir jetzt noch machen? Baut sie jetzt hier weiter... ja... Wie viele? Immer noch vier, was? Sie braucht aber echt lange, um jetzt hier irgendwelche Kleider zusammen zu... zu schneiden oder was weiß ich was. Das ist ja komisch. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Wenn sie noch kein einziges Kleid jetzt fertig hat? Ah, mir fällt aber was anderes noch ein. Was war das nicht hier? Ne, genau, eine Schatzkammer. Da. Da. Hops. Quetschen wir hier noch ein. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Das Volk verehrt euch, Scheid. Oh, Bier, Religion und Unterhaltung. Top. Und, ja, dann können wir auf jeden Fall Steuern verlangen. Obwohl wir eigentlich doch schon ziemlich viel Geld haben, wie ich finde. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Das Volk verehrt euch, Scheid. Oh, komm, danke. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Das Volk verehrt euch, Scheid. Gut, gegen die Jauche könnten wir noch was machen. Noch mal eine Jauchegrube. So. Ansonsten haben wir, glaube ich, noch...